ARD Text im Auftrag von Funk Das Format ist ja super smart Ich bin ein riesen Fan davon Ich liebe das Ich guck mir das in den Shorts richtig oft an Das ist ja mega witzig Leute Das ist aber auch das einfachste und genialste ever Leute sollen sich selber einschätzen Was andere Leute denken Was ihre First Impression ist Und das macht so Spaß zu gucken Sie mag ein bisschen zu sehr Ihn zu rasieren Bei dem Blick bin ich so Ich seh nix mit rasieren Läuft bei euch? Bei mir ist Pause Ich seh einen Blumenstrauß Bei mir ist es die Frau die einen Rasierer hält Und sie hat viel zu sehr Bock darauf ihn zu rasieren I'm sorry Ach da Geil Lol ich dachte erst Er wär der mexikanische Comedian War er gar nicht Nö Ich hoffe Irgendjemand weiß Wen ich meine Sonst war es einfach nur weird Was ich gesagt habe Ey die sind so geil Fluffy genau Fluffy Geh die ab Oh Gott Oh Gott Alter Aber dass er nicht geholfen hat Macht ihn halt zu einem Arschloch Witzig Oh der freut sich ihn zu sehen Das ist der Fühler Der während der Paarungszeit immer ausfährt Ja Der Text ist einfach gut Ich liebe ihn auch so sehr Brotpackmaschinen einfach Sieht immer aus wie ein rasierter Hamster Der versucht da rauszukommen Wait you can move it Look Yeah You can move it Kurt Cobain POV Yes Okay Why Hey how are you doing today I got you for speeding Do you have your license and registration No I think you were speeding sir You got me man I got me vollgekriegt. That's exactly what they've done again to a massive YouTuber named Yo, also ernst gemeinte Frage. Habt ihr den Stress gekriegt, mitgekriegt alles rund um ihn und diesen Andrew Tate-Lutscher da? Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich weiß, was du meinst. Andrew Tate aus dem Knast wieder raus? Ich krieg nichts mit. Nein, nein, nein. Den Streamer, der Andrew Tate uns so unterstützt hat. Aber hast du das mitgekriegt? Nee? Nee. Ja, Aiden Ross, genau. Sneaker. Ey, das war so abgefahren, wie er da mit den Waffen auch ankommt und so. Das war für mich besser als jede Daily Soap. Ich habe das so gerne verfolgt, Alter. Klingt lustig. Wow! Was machst du? Nothing. Me? Just hanging around. Hi, I'm Lee. Greg, I've been with you all day. This f***ing Tina didn't answer her email. Of course she didn't in front of f***ing everybody. And Greg was there just waiting for me to back up and see. What's up? Can I just please be completely transparent with you right now? Yeah, of course. Look at this dog, y'all. Let's go do it again. Hey, boy. Hey. 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 F***. Good boy. Other thought. Okay. Ready? Fart. Now, what? Okay. I love you, but I'm not kidding. wie ist das denn? wie ist das denn? ich habe mein erstes Apartment ausgett ich habe es auf Etsy ich habe es ich habe es gesagt, es hat ein riesiges aber ich habe es nicht wie viele Mal habe ich ihn zu spüren nach ihm ich habe es gesagt ich habe es gesagt ich habe es gesagt ich habe es gesagt ist direkt der Alarm getriggert? hast du aber das rote Licht gesehen? das ist halt einfach ein paar Meter daneben eingeschlagen ja ja, der Sound war ja sofort da ui wo klingt der denn so geil? was ist das denn? ja, danke danke wow, sie hat gar keinen Bock alter ich verstehe nicht, wie Leute dann auch so gechillt vor so einer Katze stehen bleiben weil die Reaktion der Katze immer irgendwann ausartet und ich spring dir dann ins Gesicht, wenn du zu lange guckst oder? ja schon, oder? hätte ich gedacht also viel öfter rennen sie einfach weg ja das Ding ist so geil alter das Ding ist so gut aber das ist ja schon ein richtiger Klassiker das Ding ist so geil geil übrigens ich war ja jetzt wieder in einem Hotel was einfach diese scheiß Wasserhähne hat links heiß und rechts kalt mhm mhm wie guuuuut aber auch geil, dass er das ins Slow-Mo aufgenommen hat Mann man das ist so cool Oh ne. Was passiert? Wir spielen das berühmte Spiel. Was passiert? Packt sich richtig aufs Maul, fällt voll auf dem Steißbein irgendwie und haut den Teller dabei noch. Der Teller geht kaputt, definitiv. Ich sag, sie erschreckt sich und haut ihm die Teller in die Fresse. Sie? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er. Er kriegt ihn ab. Auf jeden Fall. Sie? Ich bin wirklich bereit, euch, warum wir aus Amerika müssen. Schau an das. Sie verkaufen Lion-Coppen. Sie nehmen exotische Tiere und sie zacken und sie in unsere lokalen Schäuze. Schau, ich bin in Safeway. Sie verkaufen Lion-Meat. My brain hurts. Ah, my neck hurts. Alter. Ey, das ist doch nicht mehr verbunden. Everybody hurts. Der ist doch ab. Aber ja, das ist doch ernsthaft nicht mehr verbunden. Nee, der ist tot, ja. Alter, das ist doch nicht mehr verbunden. War der tot? Der wacht auf jeden Fall mit langen Schmerzen auf, du. Der wacht mit gar keinen Schmerzen mehr auf, Olli, weil er nichts fühlt vom Hals abwärts. Ich glaube, also hast du recht. Hm? Nein, mach das nicht. Mach das einfach nicht. Es ist richtig, aber der Pfeil hat mich erst mal übel verwirrt. Nein, aber was raus wird, ist auch nicht, wollen wir gar nicht sehen. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Der war's. Da war's. Was ist da? Was ist dein Vater? Ich habe nicht einen. Was? Ok. Geil. Ja, den Alder! Geil! Ja, den Alder! Hör auf mit dem Gang hat Zeichen dabei bitte Alita Boah, das war viel zu smooth, Alter Das war fantastisch geil, Alter Holy shit Yo Hä, wo holt ihr das denn raus? Den hab ich nicht verstanden Ich auch nicht Das war das Baummannschreite zur Tat Das war irgendwie witzig durch die Transparenz Aber Durch die Transparenz ist auch gut Na, Seedbombing Da wirst du halt nicht von einer Bombe getroffen Sondern von einem Samen, der dich in einen Baum verwandelt Ah Okay, sorry Das war ein Clip Das war ein Clip, glaube ich Jetzt verstanden Das einzige, wie ich mir das erklären kann Verstehe ich Oh mein Gott, was für ein unfassbar geiler Move war das denn Oh man Breakdancing cars, it's a thing Alter Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! One more, one more, one more! One more, one more! You're like one more! Ahem, Beema! You got him, you got him, you got him! Oh, you got him! Choco Choco's here! Oh, 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 oh! Mega. Oh, so you're a slut. You, like, give it up really easy. You're a slut. That's fascinating. Wonder what he's running under the hood? Damn! Big block. Oh, 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 oh Unangenehm Alter, Flughörnchen sind so cool, man Oh mein Gott, ich möchte das nicht sehen Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier, River, aber ihr kennt alle dieses Das war bearbeitet, das war nicht, das war fake, das war fake Dem Hörnchen geht es so gut Einer greift so ein Hörnchen an Und sein Kumpel Stuntvogel Das ist ein Hund, oder? Übt er? Meinst du, er übt, oder ist ein Hund da? Ich sag, er übt Okay Du hast das? Und das ist wie es ist Gut Das ist wie ich erzähle, was sie das ist Das ist ein Hund? Ja, ich bin ein Hund 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 Er ist alles in Er ist alles in Ich bin so intelligent Ich bin so excited Ich bin ein Barbecue-Chicken-Wing Das ist ein Nachbar Das war urinerlich, Alter Die kommt und töntet dich Das ist eine Mülltüte, oder sowas Krass Okay U I U-A-A F*** Smart, Alter Oh nein Ich mag die Dramatik Ich sag jetzt nicht, dass wir auch schon eine ähnliche Situation mit unserem Gagelgecko hatten Die sind manchmal nicht so versiert im Springen Dann sollten sie es lassen Ich dachte, die Natur wird solche Fehler los Das ist ja geil Das ist ja geil Okay Okay Oh sick Oh my god, it's not even coming out Oh sick Hold on Explosive Diarrhe For those who don't believe in karma This is Kalsi I've been feeding her with little what I can and providing water every day So over a period of time, a bonding got stronger and she loves egg cells She understood that I was a health freak and I eat lots of eggs So for what I did for her, she made a nest and laid eggs on my window Thank you Kalsi Oh, she spilled the beans Why, what did she tell you? Spicy ketchup and a water Bueno And then that's it Alright, 22.30 second window Are y'all getting robbed? Are y'all getting robbed right now? I'm sorry Are y'all getting robbed right now? Yeah Are you getting robbed? Are you getting robbed? Yeah On your head? I don't It was harder for your head But here it helped alcohol Every day, three-way drink of alcohol And you feel your head from no-no-knowing and thoughts Oh-ohé Oh-ohh-ohh-ohh-ohh Like ma, nie Oh my God Hahahaha So genervt die Katze Ich bin so genervt, die Katze atu R shows ya As of all Also, holding a partner gern Ich war heute mit meinen' Kids unterwegs und habe mein Spirit animal gefunden sover Du Hä jak Hier Ein Kauz Naja Habe ich fotografiert Das ist mein Spirit Animal, Alter Okay Sieht so geil aus Ja, also Mima Man war wieder großartig Kommt da immer noch was am Ende, oder war es das? Ich glaube, da kommt nichts Ja Nun Freunde, dann Sagen wir auf jeden Fall jetzt Gute Nacht Und schlaf gut Falls es bei euch noch nicht Schlafenszeit sein sollte Weil ihr das Video jetzt gerade auf YouTube schaut Viel Spaß bei was auch immer gemacht Aber lasst auf jeden Fall einen Like da Die Schlange, der hat Zähne wie ein Mensch Und guck noch im Video, bis gleich Bis gleich